Unser heutiges Mann, Yanchi, die sieben Jahre in der Familie des Hernern. Und nun unser Käpt'n mit der Zwölf, Alexander. Im Tor, die 1, Michel. Und die 25, Tim. In der Verteidigung, die 5, Stefan. Mit der 10, Dominik. Die 16, heute Maximilian. Die 23, Tom. Mit der 44, Fabian. Die 66, Lorenzo. Die 3, Michel. Im Sturm, die 6, Söhne. Mit der 11, Stefan. Die 13, Robin. Die 15, Tim. Und die 27, Damian. Die 24, Christian. Die 89, Thomas. Mit der 90, Marvin. Und die 92, Dominik. Die 14, Oregon. Was hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH WDR mediagrin 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 WDR mediagrin